hallo und herzlich willkommen zu part 2 von sky factor 3 spezial ja ich habe die plattform ein wenig größer gemacht wie ich versprochen habe und ein haufen dort gemacht man sieht ich habe hier vor allen dingen mal für die fläche vergrößert bei der ich dort machen kann wenn es einfach ein bisschen schneller geht weil man bekommt hier einen haufen liefst daraus und ja vier bäume sind es mittlerweile ein paar massives drei stück und so weit war es das eigentlich wie man sieht einiges an gravel habe ich schon mal gemacht und ich hoffe mal dass wir da jetzt ein bisschen flint raus bekommen dass wir dann unsere flint tools machen können beziehungsweise eben die anderen materialien die wir brauchen und da haben wir eigentlich schon genug flint hervorragend das ist dann mal das erste was wir machen dafür gehen wir stencil table weil die dinge haben wir alle noch nicht und wir brauchen eine pickaxe möchte ich gerne haben ich möchte eine schaufel machen wir auch mal achst schaufeln ist zwar noch nicht so wichtig aber später dann tool rod möchte ich ein ein ding und noch irgendwas das war soweit glaube ich dann brauchen wir pattern chest da können wir das ganze dann einmal alles rein klicken und dann gehen wir zum part bilder da sehen wir dann dadurch dass wir das hier hinten dran haben direkt können wir hier direkt auswählen wie wir wollen das heißt jetzt muss ich mal kurz ins questbuch gucken wir wollen nämlich flint sachen haben in dem fall ich könnte jetzt auch bauen benutzen das würde da genauso registrieren das heißt wir brauchen ja axt und pickaxe genau einmal das hier rein und dann ein pickaxe hat möchte ich und ein ex hat und dann haben wir auch genug hervorragend dann können wir das hier machen und wir bekommen hier zwei tool rods und zwei guten bindings und die setzen wir dann hier zusammen einmal zu einer pickaxe und einmal zu einer ex und dann habe ich jetzt auch endlich gescheite werkzeuge für bäume abbauen das ist super weiter brauche ich noch led und nickel und da ich vor allem bonemeal brauche und ähm bonemeal müssten wir aus das bekommen jetzt mal gucken 7 jawohl kriegen wir aus das und ja deswegen brauchen wir dann das deswegen verarbeite ich das ganze dann mal weiter nur vorher muss der baum noch weichen können wir auch gleich unser neues werkzeug ausprobieren und damit geht das auch wunderbar schön schnell her wo habe ich denn meine ach da sind sie doch und dann machen wir das ganze mal ähm zu das aber vielleicht haben wir hier ein bilder's wand ähm ähm stone bilder's wand müssen wir doch mit dabei haben better bilder's wands ähm haben wir keine bilder's wand mit dabei hm anscheinend nicht oder ich finde sie einfach gerade nicht ähm ja gut egal dann machen wir das einfach mal hier kurz per hand die paar blöcke setzen das ist ja nicht unbedingt das problem wir haben ja zumindest einen stone hammer ähm damit geht das ja recht schnell und wenn wir die fläche noch vergrößern in der wir bauen dann geht das ganze noch viel schneller so einmal so und abbauen dann haben wir das das einmal noch alles in das umwandeln und dann funktioniert das auch aber aber das macht nix ein level können wir noch dann haben wir auch alles gesetzt hervorragend und wir haben hier noch einen zweiten hammer der eine dürfte nämlich nicht ausreichen ja zack und dann den rest hervorragend den kram einmal alles durch und wie man sieht ich habe mir auch noch 13 koppelstunden aufgehoben falls wir denn noch welches brauchen schon alle materialien haben so das wäre das und wir haben immerhin naja 3 bone meal jetzt nicht allzu viel aber immerhin questmäßig uns fehlt nur noch led ähm da müssen wir mal gerade gucken ob wir das denn überhaupt auch aus ähm sand rausbekommen aber ich würde mal sagen ja ähm aus aus sand ähm aus dust meine ich dust ähm mit stringing mesh 3% chance ja kriegen wir auf jeden fall ähm das heißt da müssen wir auf jeden fall noch sehr viel cobblestone durchsieben um das ganze zu bekommen aber wir brauchen eh noch bone meal weil wir haben nur 3 das reicht nicht ganz so dann haben wir mal hier noch die leafs rein und dann dürfen wir wieder bäumchen farmen was ja wirklich recht schnell geht 26 dirt haben wir auch noch da dürften auch einige an cobblestone noch rauskommen und das geht wunderbar schnell her uh das ist super da haben wir nochmal 16 und da nochmal 5 vorragend schauen haben wir wieder über einen halben stack ähm den kram alles weg das brauchen wir nicht mehr die worms können da mal rein beziehungsweise die könnte ich mal braten zumindestens mal einen guten teil davon als food sind die nicht verkehrt und ich habe ja auch einen haufen charcoal gemacht ähm auch nicht unbedingt verkehrt und jetzt mache ich eine ganz praktische sache nämlich im tiny charcoal beziehungsweise äh mini charcoal ähm die schmilzt nämlich genau ein item pro dings und das ist super das heißt ich verbrauche jetzt 36 stück davon und es bleibt keine kohle irgendwie übrig oder sonst irgendwas ähm das ist super von daher und ich habe keine wooden cheers die machen wir auch erstmal noch holz haben wir ja auch noch genug ein paar sticks brauche ich noch so machen wir noch ein bisschen mehr holz so einmal das hier und dann haben wir einiges an sheers wunderbar und ein naja relativ großen baum hier haben wir noch ein sheer zack schon haben wir wieder ein stack das geht wunderbar schnell ich mir da überlege wie das bei anderen mod packs war um himmels willen dagegen ist das ja hier sehr sehr schnell was man da an progress hinbekommt so dann haben wir das und da können wir gleich weiter scheren und die bäume gleich weg neuen sapling hin so super ähm oh schon alle gewachsen krass ähm neue schere bitte dann einmal weg damit und weg damit und das geht natürlich auf den hunger wie sau aber essensmäßig sind wir ja auch ganz gut aufgestellt wir kriegen ja einiges an äpfeln und auch daraus könnten wir uns dann noch apple juice machen wenn wir ganz effizient sein wollen das jetzt nicht unbedingt sein muss aber wäre möglich ähm so und da haben wir alle dann einmal kurz den ganzen kletteratsch hier den kram wieder setzen und dann können wir hier ordentlich kompostieren das sollte gleich ausreichen hoffe ich doch mal ich meine sieben bone meal brauchen wir beziehungsweise ja gut ähm clay wäre so eine sache die wir eigentlich mal als nächstes machen könnten dafür brauchen wir nicht bone meal das geht auch ohne nur für den crucible um dann lava zu machen und dann weiter zu steigen zum cobblestone generator der uns hier vieles vereinfacht so more leaves bitte super das geht wie am schnürchen hier so da hätten wir das auch schon mal sieben stück haben wir noch die können wir hier noch mit rein schmeißen mit einem leaf und dann haben wir wieder erde jede menge das lassen wir noch kompostieren schmeißen uns mal kurz aufs bett ach Gott und dann haben wir das ähm jo als nächstes brauchen wir mal was zu essen und zwar hungern wir noch ja so effizient sind die nicht aber sie geben einen Haufen von diesen umrundeten ähm hungerbalken das ist sehr praktisch das ist wirklich sehr praktisch so 39 dirt und dann hauen wir das mal durch dann dürften wir auch einiges an cobblestone bekommen so da haben wir noch ein seed den ganzen kram können wir wieder hier unterbringen so noch 16 stück und hier haben wir auch noch 12 vorrangig haben wir fast ein stack cobblestone das ist doch super den mal eben kurz zu dust verarbeiten und dann können wir auch noch eine andere quest machen hier clay dust haben wir ja schon clay brauchen wir eins dafür können wir auch gleich noch einen dust opfern also setzen wir gleich alle wenn wir noch cobblestone brauchen wir müssen eh noch einiges an dirt machen also von daher ist es dann auch egal ouch da kriege ich natürlich ein bisschen fall damage und wir brauchen auf jeden fall noch ein bisschen stein für einen hammer und gut dafür brauchen wir wieder dirt das kriegen wir aber hinten einmal dich einmal dich einmal dich mensch diese scheren sind echt viel zu schnell verbraucht aber dafür was sie kosten sind sie wirklich sehr sehr gut also sich überlegt dass wir jetzt schon shears haben können und jede menge leafs bekommen das ist einfach nur super da habe ich den key nicht gedrückt dann wird das nix mit or excavation so muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und noch mehr kompostieren schade dass man das jetzt noch nicht automatisieren kann aber wir haben leider noch kein eisen für ein hopper oder ähnliches da sind wir noch ein wenig von entfernt da sind wir noch ein wenig von entfernt das geht leider noch nicht schön wärs könnte ich einfach die dinger da reinschmeißen und dann wird sich das automatisch hier erledigen das wäre toll aber man kann ja nicht alles haben so da hinten dürfte auch schon das erste erde da sein und warum ich immer das weggeschmissen habe hier hinten sind wir schon fertig einmal so den rest mit saplings aufgefüllt noch nicht ganz fertig hier zack dirt und dirt vierzehn stück die erste durchgehauen wie nichts durch dieses sie den ganzen kram da weg also seeds haben wir auch mehr als genug mittlerweile das ist super so wo haben wir denn unser ach da stone pebbles da sind sie doch zwölf stone und dann wollte ich einen stone hammer machen beziehungsweise nicht nur einen davon können wir gleich mal mehrere machen machen wir mal zwei stück das reicht vor erstmal und dann können wir den baum noch kurz abholzen wenn er schon da ist wenn er schon da ist so hier geblieben so und auch dich einmal weg bitte und wieder hinsetzen so dann brauchen wir hier haben wir das zeug das einmal hier verteilen eieieiei die bildersfond wäre jetzt schon praktisch naja weil ich wirklich sagen müsste das müsste mit dabei sein wahrscheinlich habe ich es nur nicht gefunden zack einmal dich und dann haben wir zum Glück ja neue gemacht und dann einmal nochmal durch damit wir dann auch unser dust bekommen brand wollte doch sagen die heißen nicht bildersbrand sondern stone brand iron brand und so weiter deswegen habe ich sie nicht gefunden kann man die aus cobblestone machen ja cobblestone hervorragend ich wusste doch dass wir die mit dabei haben ich wusste doch dass wir die mit dabei haben das hätte mich auch schwer gewundert ähm 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 nein das war nicht ganz die richtige taste ähm ja nur weiß ich nicht wie man den mode ändert das werde ich dann wohl mal später nachgucken das werde ich dann wohl mal später nachgucken ich hätte jetzt gesagt mit m aber das ist wohl map auch immer auch immer das auf m liegt war normalerweise auf j für journey map aber gut nehmen wir mal so hin wie es ist ändern können wir es ja immer noch zack den einmal komplett weg hervorragend dann können wir das alles einmal durchhauen auch das geht ja wahnsinnig schnell ich meine immerhin sieben für hier neun gleichzeitig neun das gleichzeitig und dann jetzt noch die heavy mesh beziehungsweise die heavy sifts mit compress blöcken dann geht es richtig ab ähm so led haben wir weiterhin noch nicht dafür muss ich noch ein bisschen mehr sieben aber gut das kriegen wir hin dafür haben wir das und ich hab äh ja alles durchgemacht machen wir mal 4 4 clay ja gut ich kann keine 4 clay machen ähm egal ich hab so viel wasser nämlich nicht weil ich auch das produzieren könnte leaves sind ja kein problem einmal clay bitte und dann bekommen wir ähm hier jawoll clay hervorragend ähm dann können wir clay bucket machen ähm clay müssen wir setzen damit wir es klein kriegen das hat kein crafting rezept äh so clay bucket da brauchen wir einen ganz normalen und ja clay shears könnten wir uns auch machen das wäre auch noch eine Möglichkeit ich mach mal gleich 2 weil wir werden sowieso 2 brauchen ähm und dann den clay bucket hier rein und dann haben wir dann unseren normalen clay bucket den man auch nutzen können gebrannt sozusagen so einmal du und dann noch den zweiten detection task hat er nicht aber manual detect dann funktioniert das ganze und wir bekommen ähm äpfelchen 18 stück warum nicht oder 10 weiß ich nicht je nachdem was wir vorhin im inventar hatten jetzt brauchen wir ein water bucket und einen clay bucket und wir bekommen ein water bucket zurück beziehungsweise ähm müssten 2 sein ähm consume task das heißt wir nehmen den hier füllen den ein mit unserer water source und dann dürften wir manual submit beide weggenommen bekommen jawohl und wir bekommen 2 buckets wieder hervorragend das funktioniert super jetzt haben wir nämlich eine infinite source ähm die setze ich auch gleich mal ähm am besten hier hinten hin so eine slap fehlt mir das ist schlecht so jetzt hat sich das ganze erledigt einmal hier hin und einmal hier hin und schon können wir so viel clay machen wie wir wollen und da ich noch ein bisschen clay brauche machen wir das auch gleich noch ähm zwei stück noch dann haben wir jetzt erstmal für den Anfang genug clay können wir nämlich auch clay shears draus machen und ja die halten ein bisschen mehr von daher ist das gar nicht verkehrt und clay ist ja relativ einfach zu bekommen ist praktisch ja äh man kriegt ja zwei shears raus aus einem cobblestone und das ist ja echt super die kommen mal eben hier rein und ja als nächstes brauchen wir led und ja das gucken wir mal dass wir das jetzt bekommen ähm da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr dirt naja gucken wir erstmal was wir sonst noch raus bekommen vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen es gleich mit den nächsten paar cobblestones die wir so sieben das wäre natürlich super das wäre wirklich super aber da haben wir wer weiß selten dass wir man wenn man was braucht dass man es dann auch bekommt gleich ich nehme an wenn ich es jetzt nicht haben wollte dann müsste ich nur ein cobblestone oder ein gravel durch sieben oh interessant das ist c was auch immer das tut sieht interessant aus einmal durch bitte und wir haben natürlich kein led bekommen schade ähm ich würde mal sagen machen wir einen kurzen cut sieb mal noch einen haufen kram durch und wir sehen uns gleich wieder bis gleich so da sind wir wieder und ich habe endlich led bekommen ich habe jetzt noch mal fast einen stack gravel durchgesiebt und es hat funktioniert und damit ist diese quest komplett und ähm ich würde sagen wir nehmen gravel daraus können wir dann alles machen und ja wir bekommen 32 stück davon und von den restlichen 4 und äh deswegen hier 4 sehr gut damit haben wir das und die nächste quest hat sich geöffnet nämlich crucible und äh da brauchen wir porcelain clay und dafür brauchen wir nämlich die bone meal die ich gemacht habe beziehungsweise die ich gesammelt habe sieben stück an der zahl und wie man sieht ich habe auch mir mal drei ähm porcelain shears gemacht verkehrt sind sie nicht sie halten ein bisschen länger aber ähm ja ob es das wert ist ich weiß es nicht ähm so jetzt brauchen wir das hier einmal damit und dann sollte das complete sein genau dann brauchen wir ein unfired crucible ähm hier da ist das ding den machen wir einmal so und dann brauchen wir noch ein crucible den müssen wir also noch einmal durch den ofen jagen und dann sollte der auch fertig werden na komm jawohl da ist er und dann manual detect jawohl dann bekommen wir noch ein bisschen cobblestone mal gucken wie viel nicht jetzt gespannt wir bekommen vier cobblestone und dann hey bleibst du hier das ist sehr gut so viel brauchen wir auch für lava da ich nämlich keinen mehr habe ist das ganz hilfreich ich meine ich hätte zwar noch ein bisschen dirt hier aber ja ähm lava dafür brauchen wir einmal ein clay bucket und ähm das ding stellen wir einfach mal hier auf die Fackel packen die vier cobblestone hier rein und dann sollte das langsam und genüsslich zu laber werden jawohl das tut es auch hervorragend bis das jetzt fertig ist gucken wir mal was wir sonst noch machen können denn es haben sich hier weitere Kapitel geöffnet ähm wie wir sehen ähm einmal hier stone age da können wir ähm sifts machen ähm sifting mesh haben wir schon aber enchantment table da kommen wir noch lange nicht hin bekommen wir nämlich enchanted enchanted book können nämlich die sifts auch enchanten das glaube ich glaube ich schon mal gesagt ähm ansonsten haben wir hier noch nichts und dann farming age eine hoe könnten wir machen beziehungsweise ähm madhog von tinkers construct das ist kein problem die machen wir mal kurz ähm haben müssten wir ja alles und flint haben wir auch genug das heißt einmal eine flint x eine flint shovel und dann äh noch ähm eine tool rod dafür brauchen wir holz davon habe ich mehr als genug ähm manual submit mit und dann bekommen wir paper oder flint ich würde mal sagen wir nehmen die flint ähm paper wäre ganz interessant damit könnte man eine unbreakable madhog machen aber das macht jetzt für den anfang noch keinen sinn und äh paper ist kein problem also von daher nehmen wir uns eine flint damit haben wir das und ja watering can infernium ja da sind wir noch nicht so weit nesting pen cow in a jar ne alles noch nicht ganz so weit ähm das brauchen wir dann brauchen wir dann ein bisschen mehr cobblestone das dauert aber noch ein bisschen ähm ansonsten äh better storage was haben wir denn hier ähm quads enriched iron und charged äh charged draconium äh charged zertus quads davon sind wir noch ein bisschen entfernt ähm das wird auch noch nichts da müssen wir auch noch ein bisschen warten aber ja gut watering can ähm farm haben wir noch nicht auch das könnten wir vielleicht mal machen wobei im moment brauchen wir es echt noch nicht ähm das ist so die sache ähm ich würde sagen wir brauchen vor allen Dingen mal flint dann können wir nämlich hier ähm andere mesh's machen wenn wir da nämlich äh gucken mesh hab ich jetzt so verkehrt äh mit shift click können wir es rausnehmen ähm ähm mit e das erklärt einiges mesh so ähm da haben wir nämlich auch verschiedene natürlich ähm stringing mesh flint mesh iron mesh und äh diamond mesh beziehungsweise stiffened mesh aber ähm ja dafür brauchen wir hier vier flint und das wäre eigentlich mal ganz geschickt weil aus dem flint mesh bekommen wir soweit ich weiß alles raus was wir auch aus dem stringing mesh bekommen nur mit einer höheren chance ähm später dann beim iron beziehungsweise diamond mesh sind gewisse sachen nicht mehr dabei die wir aus dem flint und äh stringing mesh rausbekommen von daher ähm ja ist das ein bisschen so challenge mäßig ähm was nutze ich jetzt für was was brauche ich gerade ähm wenn man es dann später automatisiert und unsere bäumchen sind gewachsen hervorragend na das war ja viel in der schere da aber da können wir uns ja nochmal ein paar machen na vielleicht nicht nicht ganz so viele fünf stück sollten erstmal ausreichen ähm so hallo sammeln doch mal die leaves da oben auf danke zack einmal die hier und das ist natürlich ein riesen baum hier naja zur not bleiben dann die blätter da oben und die cane langsam das wäre jetzt auch nicht unbedingt das tragische ich meine wir haben ja wirklich sehr viel material mittlerweile ähm so dann haben wir auch unsere skiers nochmal aufgebraucht und dann machen wir einmal den hier und dann dürfte das auch ziemlich weit weg sein hier den noch da oben ist natürlich noch ein einzelner holzblock an den wir nicht rankommen natürlich nicht warum denn auch so einmal das hier und dann können wir den abbauen der rest sollte dann runterfallen beziehungsweise wir haben noch einen crook den können wir auch nutzen dann kriegen wir wenigstens noch einige saplings raus ist auch nicht verkehrt so dann haben wir das ähm wie weit bist du ah fast fertig hervorragend das ist super dann würde ich sagen dann warten wir noch bis das fertig ist dass wir unseren lava bucket bekommen ähm und was auch immer ich gerade wollte ich wollte saplings hier setzen die dinge habe ich gesucht ähm so und dann einmal den kram auswechseln und was essen sollte ich mal wieder und was essen sollte ich mal wieder das ist wirklich ah schade dass wir da noch nichts automatisieren können das kommt aber noch ähm das ist das ist demnächst möglich denke ich wenn wir jetzt dann nämlich einen cobblestone generator machen können mit der lava dann sind wir da recht schnell dann dann haben wir nämlich infinite cobblestone fast schon wobei natürlich der erste cobblestone generator den wir bauen relativ langsam ist noch aber schnell genug für das erste mal vor allen dingen weil er halt passiv natürlich cobblestone generiert das ist dann natürlich super dann können wir uns auf andere sachen konzentrieren und solange wird trotzdem cobblestone generiert also gucken wir mal ah noch nicht ganz ja bisschen was zu tun haben wir ja noch bis das ganze zeug hier aufgebraucht ist und dort werden wir auch noch brauchen um dann ein feld aufzubauen mehr als einiges an seeds auch schon aufgesammelt so mal zwischendurch was hinter die backen schieben so einen leckeren gekochten wurm ist auch immer was schweines und unsere hunger bar ist wirklich komplett aufgefüllt brutal also dafür sind die guckzeckwurms echt super um diese umrandeten hunger bars aufzufüllen das ist echt toll ähm und ich wollte mehr Stephen mesh äh Flint Stephen mesh haben dafür brauche ich aber ein bisschen mehr ähm ähm gravel ähm bisschen mehr Flint nicht gravel und strings müsste ich auch noch haben und siehe da natürlich led habe ich jetzt nochmal bekommen klar ähm ich habe vorher nicht schon genug äh durchgesiebt ähm das machen wir mal nein das hier so drei stück können wir machen ich würde sagen machen wir auch alle drei drei dann können wir mit drei sieben anfangen beziehungsweise ich mache mir einfach drei weitere sieben Material haben wir genug das ist also kein Problem ähm das hier hin und äh Sticks doch ich habe Sticks eins, zwei, drei einmal das hier einmal das hier die stellen wir jetzt einfach wo stellen wir sie hin hier hin und dann den Kram da drauf und wir haben unsere ersten Flint mesh ähm wenn ich jetzt hier natürlich anfangen zu sieben äh macht er nicht automatisch ähm ähm hier mit das da rein sondern der nimmt natürlich nur die gleichen ähm auch mit dazu also ähm ja das geht natürlich nicht dass man das hier mischt das funktioniert nicht wäre vielleicht interessant aber es geht nicht so jetzt dürfte aber unsere Lava fertig sein jawohl brauchen wir nur noch unseren Clay Bucket einmal Lava und äh schon sollte unsere Quest im Wood Age fertig sein Manual Detect jawohl und wir kommen ähm leckeren Saft Sonic Boost Juice mit Speed haha tolle den packen wir mal hier rein den brauchen wir jetzt nicht und ähm als nächstes machen wir noch den Cobblestone Generator ähm der ist auch relativ einfach dazu brauchen wir Wasser und Lava das haben wir ja beides ähm sechs Cobblestone daran mangelt es gerade das heißt die hauen wir mal kurz da durch dann haben wir genug die jetzt natürlich auch durchs Flint hauen können naja ähm und dann haben wir den Cobblestone Generator ähm bis auf ein Glas brauchen wir noch Sand haben wir aber ähm muss schon darauf warten ähm Cobblestone Generator da unten haben wir ihn und dann können wir den machen und zwar die Version hier ähm Cobblestone Generator den Lava Bucket bekommen wir natürlich nicht zurück denn mit Lava drin ähm geht er kaputt aber zumindestens den anderen ähm kriegen wir wieder und äh ja wir haben jetzt die Wahl zwischen einem Basic Troller oder einem Small Storage Grade ähm ja wir könnten beides ähm beides gebrauchen aber ich denke wir nehmen mal ah den Basic Troller ähm den stellen wir wo stellen wir ihn hin hier hinten da ist er ganz gut aufgehoben ähm ah und wir kriegen gleich noch einen zweiten stimmt cool das ist sehr praktisch ähm und wir bekommen zwei Basic Drawlers ähm wenn wir die oben drauf stellen dann müsste der automatisch den Cobblestone nach oben ausgeben wenn ich das richtig weiß ähm wir haben 15 im Inventar wir haben 18 im Inventar oder es war andersherum ähm bin ich mir nicht mehr ganz sicher ich dachte zumindestens da wäre mal was gewesen weil ansonsten bleibt glaube ich nur ein Stack drin an Cobblestone an Cobblestone ähm das heißt die stellen wir jetzt mal das ist halt ein bisschen doof äh ein bisschen eng hier aber naja stellen wir mal so hin ähm 46 48 ne anscheinend nicht hm hm komisch vielleicht mag er Storage Drawlers auch nicht dafür das mag natürlich auch sein nein das mag er nicht probieren wir es jetzt mal grad noch testhalber mit einer Chest und äh ja wenn nicht dann müssen wir halt dann irgendeine Art von Pipes nehmen ah mit einer Chest geht's ok er mag Storage Rollers anscheinend nicht schade dann hätten wir vielleicht doch die Storage Grades nehmen sollen naja nicht allzu schlimm ähm dann stellen wir aber das ein bisschen anders auf wir sehen wir haben jetzt schon über einen Stack Cobblestone also das geht schon echt schnell ähm das ist super ähm Cobblestone Generator dann brauchen wir noch eine Kiste und dann geht das doch super nein nicht da rein ich würde euch doch aufstellen und dann sollten jetzt hier langsam aber sicher jawohl Cobblestone generiert werden den Cobblestone legen wir mal mit dazu und ja ich würde sagen heute haben wir viel erreicht und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bis dann war im ups Foi was im im Untertitelung des ZDF, 2020